Musik Tirols größter Bikepark, Sefaus Fisladis, startet in die Sommersaison 2014. Und das bedeutet perfekt präparierte Abfahrten, traumhaftes Wetter und jede Menge Mountainbiker. Das Eröffnungswochenende im Bikepark, Sefaus Fisladis, hätte nicht besser laufen können. Von Pfingsten bis einschließlich 19. Oktober steht Rad- und Bikesportfans am Hochplateau im oberen Inntal nun täglich Tirols größter Bikepark offen. Die als Familienparadies bekannte Urlaubsregion wartet heuer zusätzlich mit einem Highlight für Bikefans auf. Denn vom 7. bis 10. August 2014 steigt hier der größte Nachwuchs-Mountainbike-Event Europas. Wer da mit dabei sein möchte, sollte die Strecke auf jeden Fall schon mal ausgiebig testen. Wer hingegen nur Lust auf Biken ohne Wettbewerb hat, der ist im Bikepark Sefaus Fisladis natürlich sowieso richtig. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018